ich wundere mich was drin steht lesen ich halte wenn du mich suchst ich repariere das dach in der küche aha das ist wieder so eine nachricht die du nicht brauchst in der art aloe vera damit haben wir das das fertig haben noch mal rückweg hier gehen wir später rein und tun uns wirklich alles raus jetzt noch mal nur gezielt das kann man aus der außenstoffe also da können wir jetzt hier mal vorgreifen dann muss ja wirklich alles angeguckt und dazu soll ich natürlich nicht nein das hat man sowieso dabei weiß ich jetzt nicht mehr so breit aber was kann ich mich nur noch dunkel im sinn hier ich ja auch noch hoffen zirks und genau aber das wichtigste war noch so eine stelle war hier unten die spitze es könnte wichtig sein diese maschine nach hause zu bringen ja da habe ich die kneif zange vergessen dafür bricht man die zange wir können jetzt hier unten schmeißen mitnehmen das was man hier allgemein schon drin haben einfach nur aufstecken dann brauchen wir später die ressourcen nicht wieder mitnehmen und nicht wieder mit schlüpfen hier unten jetzt alles wirklich gelootet ich denke immer das ist aloe vera schön doch mal hier ganz gut was rausgezogen wie soll das was ihr einfach so um licht nämlich mit hier sehe ich erstmal nichts genau da oben so ein eisen was jetzt hier drin ist weiß ich auch nicht mehr auswendig haben wir noch etwas frei gar nichts ja die notiz könnte ich wegschmeißen ich könnte noch irgendwas in die hand nehmen dann hätten wir noch einen inventarplatz ja aber das lassen wir mal her wir können ja wenigstens mal reingucken hier unten ob was wichtiges drin ist wenn nichts drin ist brauchen wir auch nicht wieder herkommen umso mehr ärgert es mich dann immer wenn ich dann später noch mal herkomme ja da woher weiß Mist ja 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 johol haben wir voll hier sonst hätten wir hier jetzt voll machen können den Brünn kannst du dann mal schön mit nutzen ja immerhin nochmal 13 Bäumchens in Winteraufholen mit Mats was braucht man jetzt zügigst das zeugs muss man ab und zu mal wir haben ja kein platz wir könnten mal wieder auffüllen und wieder reinbringen und wenn wir dann geschlafen haben können wir dann noch ein bisschen was herstellen das kannst du gleich dahin die notiz kannst du hoch bringen die materie müssen wir uns eine extra kiste machen hier haben wir uns den mais in die hand und den dorthin einmal meist kann man sicherlich kochen so haben wir ja reichlich da wurde man jetzt wo ich blöd was wir noch nicht mit noch vier und wir haben können wir nächsten zehner einsetzen mit dem mais so da können wir die dazu packen das dazu packen das und das 85 reicht das schon für einen rucksack bestimmt nicht ne warte mal jetzt wird es leid ich hätte das auch gern hier drin und die werkzeugkiste braucht man auch für die maz wieso bauen wir nicht einfach hier nochmal in samenbehälter schmeißen den dahin für die werkzeuge mit aloe vera und so weiter muss man auch langsam das zeugs ja ich habe ich habe hier auch lieber deine werkzeugkiste stehen damit ich weiß was drin ist die nehmen wir mit jawohl auf der vier gepackt du weißt wie ich die ordnung haben möchte jetzt du schmeißt du schmeißt das bitte wieder da rein eisen hat mal oben auch zwölf eisen da können wir schön weil damit überleben so können wir eigentlich die ganzen eisenmatz und sowas mit hier rein packen zum werkzeug gut solange es hier rein passt passt da rein warte mal denn ja ja doch ja genau dass man hier die äste und das zusammen haben hier unten haben wir das holz das wird auch mehr hier mal für die baum als mehr platz das sieht schon mal nach einem plan aus hier können wir noch mal einschmeißen wir haben einen samen 50 hier kommt noch mal samen hier haben wir noch mal essen da das muss man auf jeden fall erst essen bevor wir überhaupt dann wieder oben an die andere nahrung gehen auch am besten noch vor der schokolade wir haben aufgeräumt sind soweit fertig ach das ist fertig können wir das nur aufräumen schön der nächste meist ist auch parat wir brauchen die hier die knallpz damit ich das nicht vergesse damit wir uns dann die rüttelbude holen können mit der können wir dann metallbarn und so weiter herstellen und dann geht es aufwärts da ist dorthin natürlich viel zu viel was ich jetzt hier im inventar habe solltest du immer nur dabei haben was du wirklich brauchst und wir können aber trinken ich guck immer hier schon mal aufhören 21 uhr wir können sowieso dann nichts mehr machen wir brauchst beim kochen ist ja gar nicht trinken soll möchtest du schlafen jawohl na komm 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 hüpf raus aus dem bettel damit ich das wasser reinschmeißen kann das kannst du rausnehmen zum essen und vorher können wir aber auch hier nochmal eintrinken das essen damit haben wir das drin und in der nächsten runde gehen wir dann mit der kneifzange dort gerät holen packen wir hier damit ich die gleich sehen auch du bist auch gleich fertig so lange warten wir noch da haben wir das wasser da können wir das mitnehmen und gekochten was brauchen wir nicht essen haben wir gesund sind wir auch jawohl so und das soll es erstmal gewesen sein und wie gesagt nächste runde gehen wir dann weiter draußen erkunden die maschine holen da kann man ja dort auch dann looten und dann machen wir hier stückwichtig weiter bis dann willkommen in seiner neuen runde green project von zero games jawohl und einziger ersteller darf son die wolf oder wie das auch ausgesprochen wird jawohl ich weiß wir sind mitten in einer folge ja 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 wie war das hier nein ich will doch so wir haben die kneifzange einstecken habe ich mir extra hier runtergelegt ei das habe ich mir sogar noch gemerkt fein so die kneifzange haben wir wir wollten aber auch die mitnehmen genau wir wollten löcher buddeln wir haben es 8 uhr 8 da braucht ja jetzt noch keine löcher buddeln haben wir haben wir auch nicht wir haben kein material mehr da da können wir ja nicht mal irgendwelche fertigen sachen dann stellen help 6 6 6 12 13 wir haben keine ausgewachsen alles klar wenn ihr mir jetzt sicher auch noch zeigen wo das muss ist raupen raupen war da nicht irgendwas mit angehen und so warte mal warte mal ich habe da auch gelesen ich habe mich ein karte gebildet dass man nicht das irgendwie könnte man das dann auch mal da ausbauen keine wohnung das ist eine karte hatte ich die überhaupt schon mal gezeigt in der ersten staffel dass wir hier unten da hin und da hin überall noch reinkommen können genau da wo fahrzeichen sind sind es ganz beliebt und hier ist die werkstatt da wird mal da wird man auch mal hin machen wir hier zu lauf mal los essen trinken 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 aber auch nicht mit hier war man soweit fertig ne ist auf trainer da ist immer noch nicht reingekommen da brauchen wir die lampe für die lampe braucht man die maro geht es drüben aufnahme sehe ich es nicht aber das hier scheint so ein bisschen was geändert von den g bewegung das ist ja so viel laut schon aber erst mal runter und da habe ich lacht ja und war darunter und war da und 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 jetzt die maschine damit man die noch durch die geste geht nicht damit man hier die maschine mit rechtsklick übrigens und dann wirst du hier ein somit ihr wohl meint dann müssen wir auf irgendeiner seite anfangen und dann gehen wir wieder hoch so ich muss jetzt auch mal machen ersten raum das ist wichtig ein kaffee 30 wasser schon mal wieder wasser und das und das vielleicht sollte ich ja auch zwischen auf das schon voll haben da oben aber richtig gut platz es geht es geht schneller ist ja schön dass man hier so viel drin liegen haben könnte aber bei den sachen nervt einfach nur wenn du ran gehst und es ist nichts drin dafür brauchen nämlich ziemlich zum aufmachen hier ist immer so eine schwierige sache wie weit gehe ich hier das lassen wir das nehmen wir auf dem rückweg in wurm mach mir die taschen voll du wurm das sind natürlich hoffen ressourcen insgesamt mit ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020